Mein größtes Spiel war, als wir gegen Mainz verloren haben. Ich habe so viele. Pedro Martínez. Ja, gute Frage. Wieder mit Davey, meinem Coach, mit ihm wieder zu spielen. Das war mein großes Glück. Slamdown. La Gasolina. Dominikanische. Ja, eine Dominikanische Essen. Was spezial ist da? Ja, Schneze. Basketball. Ich bin appointments. Ja, ich bin der Gewalt. Ja, ich bin ich mittlerweile kurz.